Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Doktorin Lindl. Bitte, Frau Abgeordnete. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Der außen- und europapolitische Bericht verdeutlicht leider, dass in wesentlichen Punkten gegen österreichische Interessenpolitik gemacht wird. Ich möchte drei Punkte herausgreifen. Wie immer die Sanktionen gegen Russland ansprechen. Im Vorwort des Ministers werden diese Sanktionen als notwendig bezeichnet. Aber ich würde hier lieber hören, Österreich blockiert die Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland. Das wäre eine Schlagzeile im Interesse Österreichs gewesen. Diesen Mut hat bereits der italienische Präsident bewiesen, wie mein Kollege Tschab schon ausgeführt hat. Er hinterfragt sehr wohl, welchen Effekt diese Sanktionen haben. Die traditionell guten wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Österreich und Russland werden aufs Spiel gesetzt, wenn Österreich weiterhin nur am Gängelband der EU- bzw. USA hängt und diese Maßnahmen mitträgt. Russland muss unser Partner sein und den brauchen Österreich und Europa nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern vor allem im Kampf gegen die IS. Und nun zur Türkei. Der Bericht führt explizit Defizite im Bereich der Menschenrechte, insbesondere Presse- und Religionsfreiheit in der Türkei an. Dieser Vorwurf verliert jedoch sofort an Bedeutung, wenn es darum geht, dass sich die EU der Türkei ausliefert, und zwar für die Zusage bei der Bewältigung des Flüchtlingsstroms Unterstützung zu bekommen. Die Türkei soll hier die Arbeit, die Europa nicht tun will, nämlich die Außengrenzen schützen, den Flüchtlingsstrom reduzieren, die Flüchtlinge registrieren und die Nicht-Asylberechtigten zurückführen, für viel Geld machen. Und das wird als Ausweg aus dieser Feigenpolitik der EU, die das Notwendige nicht tut, gefunden. Es wird mit einem Land paktiert, zudem einen zusätzlich zur Kritik an die Menschenrechtslage und Unterdrückung der Meinungsfreiheit, der Kampf gegen die Kurden und die offene Zypern-Frage einfällt. Von anderen Gerüchten und Unterstellungen möchte ich hier jetzt gar nicht reden. Aber darüber hinaus stellt sich die Frage, wer diesen Pakt mit der Türkei überhaupt bezahlt. Die EU, ja sicher. Aber hier wieder jene Mitgliedstaaten, die man gemeinhin zu den Nettozahlern zählt. Und das sind wiederum jene, die schon jetzt die Hauptlast des Flüchtlingsstroms tragen. Und da gehört natürlich Österreich dazu. Und durch die erpresserische Forderung der Türkei, die EU-Beitrittsverhandlungen wieder aufzunehmen, werden wir dieses Land bald in unserer Gemeinschaft haben. Nicht wieder. Warum haben Sie, Herr Außenminister, dieses Abkommen nicht blockiert, das Sie, wie Sie im Ausschuss schon gesagt haben, auch so kritisch betrachten? Kritik verdient auch die Integrationspolitik. Im nationalen Aktionsplan für Integration wurde klar, die Vermittlung österreichischer Werte und die deutsche Sprache als Basis für das Zusammenleben angeführt. Dass dies nicht gelungen ist, zeigt, dass kürzlich im Rahmen eines neuen 50-Punkte-Planes für Integration wieder ein Wertekatalog vorgestellt werden musste, der Schulungen in Menschenwürde und Gleichbehandlung von Mann und Frau vorsieht. Mangelnden Integrationswillen unterstelle ich vielen der in Österreich lebenden Muslime. Würden Sie sonst Ihre Kinder in muslimische Kindergärten schicken? Dort wird nicht in deutscher Sprache unterrichtet. Man schottet sich ab und lehrt die Kinderwerte, die nicht mit unseren verfassungsmäßig gewährleisteten Rechten übereinstimmen. Diese Kindergärten gibt es seit vielen Jahren. Tausende Kinder haben sie schon besucht. Und nicht zuletzt dadurch wird die Bildung einer Parallelgesellschaft gefördert, die wir alle nicht wollen und die gefährlich ist. Hier hat die Integrationspolitik massiv versagt. Ihr klares Aufzeigen dieser Problematik und vor allem das heutige Bemühen in Sachen Kindergärten nehme ich aber als ersten Schritt in die richtige Richtung zur Kenntnis. Dankeschön. Russland müsse Partner Österreichs und der EU sein, vor allem auch im Kampf gegen den IS, sagt Jesse Lindl. Sie ist ohne Fraktion. Vielen Dank. Vielen Dank.